Geraden Schlag, voll auf mich zu, mit vollem Körpereinsatz auf mich. Das kann ziemlich gefährlich werden. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Seeber. Selbstverständlich haben wir eine Lösung dafür. Eine sehr brutale Lösung. Vielleicht wirklich nur brauchen, wenn es nicht mehr anders geht. So, als erstes mache ich wieder, wie immer, eine Brücke, die ich mitnehme. Ich gehe hier rein als Zweites. So, eins, zwei. Da schlage ich mit dem Unterarm da rein. Wie ihr das gerade gemerkt habt, hat er das nicht so gerne. Da hinten, da vorne. Jetzt ist da unten, ist offen. So, ich nutze das und kehre da schon wieder. Ich ziehe da oben und unten komme ich mit dem Knie rein. Komm da mit dem Knie rein. So, alles in einer Bewegung. So, er schlägt, gehe rein, BAM! Jetzt, wenn das passiert ist, bin da, hebe wieder, komme rein. Jetzt, mit dem Ellbogen, komme ich wieder nach oben. Da. So, er schlägt dich. Eins, zwei, drei, vier. So, für ihn ist das so wie ein Kilby. So, hoch und runter, hoch und runter, links, rechts, alles Mögliche. Aber, es ist sehr gefährlich für deinen Gegner. Pass auf, wenn du das anwendest. So, wenn du noch mehr gefährliche Techniken lernen willst, geh auf unser E-Kung-Fu. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen. other mal Pit 해� they work. ства. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020